Alter, was labbern die da wieder? So, falsch. Zurück zu letztem Mario Cardi online. Wir fahren heute in dem Raum von Marco Plays. Loi, was ist das frei? Wir werden jetzt die... Loi, was machst du? Wir werden dich ausblenden und wir sehen uns dann gleich zum Rennen. Also bis gleich. Dein Ernst jetzt? Also irgendwie... Was ist das? Scheintlich, was ist das für ein Bild? Das sieht komisch aus. Elf nicht. Iiii... XSplit, please, one XSplit Broadcaster. Achso, ihr seht noch das Alter. Ne, das ist das für ein Livestream, habe ich auch so in dem Bild vorgemacht. Und das was ich jetzt habe, ist von irgendwie hier Noobs. Der ist jetzt schon so noch. Der ist Pädopinguin. Der ist Pädopinguin. Aber das war jetzt wieder irgendwie P7. Fuck, ja, falsch. Was habe ich jetzt geschlossen? Scheiße. Sky. Sky. Sky Profil. Schnappschuss 1. Das war Rose Bild mit dem ICA-Rund. Dann war ich Schnappschuss 2. Das war der Penguin. Schnappschuss 3. Das war dieses Raw Bild. Und Schnappschuss 5 ist dieser Pädopenguin. Sieht so scheiße. Also ich habe nur Avenly Bilder und so gedown... Naja, was heißt gedownert? Geschweichert für Profilbilder und Skype. Ja, ich habe noch so ein geiles Bild, dass wir mal den geschickt haben. Seht ihr mein neues Bild schon? Ja. Ist ja süß. Ja, so ein Pikachu. Das ist ein Reitschuh. Bist du behindert? Das ist ein Reitschuh, ey. Ne. Das ist echt keine Ahnung von Pokémon, aber große Töte pfeifen. Du bist so ein Baum, random. Laura, was steht auf deinem Profilbild eigentlich? Da steht Neo. Kein. Kein. So heißt dieses Mädchen oder die Klonios oder Avelitviech. Also guck mal, so heißt sie. N64, die Case-Troller. Bzw. Lu, sie kommt darauf an, welche Persönlichkeit sie hat. Und Flower macht Drago jetzt doch eigentlich noch ein Case. Keine Ahnung. Hä, wer? Youtube.com Oh, ich hab alles gedingst. Ich hab alles gedingst. Ich bin so leid. Wer macht keine Let's Plays mehr oder was meinst du? Mach Drago jetzt eigentlich noch ein Let's Plays. Na, Drago Plays oder was? Ja, Drago Plays. Na klar, Let's Plays dann nochmal, ey. Hast du den nicht abonniert? Der macht die ganze Zeit Happy Wheels, ähm, Terralology oder wie das heißt, ähm, Minecraft und, ähm, Ocarina of Time und so, was weiß ich. Nein, der heißt Miene-Kraft. Ja, ich guck mir Minecraft und hab die Witz am, ähm, Terralology oder Blogmania. Das ist der Miene-Kraft. Das ist der Miene-Kraft. Ich sag lieber Blogmania als Terralology oder wie das ausgesprochen wird, kann ich nicht aussprechen. Bluer, Bluer, ähm, wie heißt's Ding jetzt, ähm? Ich hab BW. Miene-Kraft. Ich bin die Kugel-Kraft. Ja, ich schau, Eiler. Wir starten Großcitanien, Großcitanien. Wie steht aber auch hier für Kroll? Noob, 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 noob. No, ne, Japse, Japse. Was mit Kroll? ein ein schorle scharfer tomaten wo ist mein bonbon geblieben ja oder ultradigationssuche das ist so dumm weil die beleidigung gegen die monä der power hat mir alles versaut ich hatte 3 aber jetzt bist du bw ja die brauche ich doch nicht ha 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 blunder alter mach auch nicht in den call auf das krieg ich copy right abgeschort scharfer tomaten das ist so dumm alter bolus am schulüberleben ah ja Die Schüler-Überlebens-Tipps, die sind so geil. Der eine hat so als Kommentar geschrieben, mir werden immer die Babelets geklaut, was kann ich da tun, großer Alterbeutel. Dann hat Alterbeutel so gesagt, ja, dann musst du die halt zurückklauen, und dann denen die vor die Nase halten, und dann mit denen kämpfen, und so. Das ist so dumm. Irgend so eine Scheiße. Ja, Gabelet und so, ja. Habt ihr schon alle, du trinkst es und genießt es. Also, sind wir doch. Ja, vor allem, in der Beschreibung steht, er hat die von Penny, aber im Video sagt er, er hat die von Schlecker. Was? Im Video singt er, dass er die von Schlecker hat, die Apfelschorle, aber in der Beschreibung vom Video steht, er hat die von Penny. Nein. Ja, bitte warte, ich war es hier schon lang genug. So ist er im Rindenbogen, wie weh. Toll, jetzt ist mein Innenschirm, oder? Diese steht eigentlich auf dem Becher des, äh, auf den Glasbohnen, Koffein haltig. Tutorial. Nintendo. Wie. 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 Oh, Alter, ein volles CV und ich habe die meisten Punkte. Ich habe nur 8.715, ist ja immer geil. Ich bin so pro. Und die zweitmeisten sind 7.500. Ja, ich bin so pro. Haben Sie die Konfi von GP7 noch offen? Alter, wieso geht die immer automatisch zu? Na, egal, kann ich schnell aufmachen. Da wird sich dann gemeldet. Real Life is sie. Ich bin so pro. Lol. Geile Bewerbung, ja, von der Schwester von Jordan. Ich darf gleich mal auf 1 starten und dann überholen mich die ganzen Bomben rein. Alter, die fahren alle mit K. Let's play Multivitaminsaft, Teil 4. Scharfer Tomatensaft, Gangster. Ja, das meine ich mit Scharfer Tomaten, das ist voll doll. Ich muss das Video angucken. Gleich jetzt erste Strecke heute TF zu fahren, ist irgendwie gay. Ich habe eigentlich immer auf einer leichteren Strecke gehofft. Okay, TF ist ja eigentlich... Leute, eine startet nicht, der DC bekommt schon. Und die anderen fahren total random und ich habe einen voll guten Abstand. Das ist ein geiles WB. Voll schillig. Da in der Fake fährt bestimmt eh keiner rein, weil die nicht meine Line haben. Okay, die wissen ja noch nicht mal, wie Line geschrieben wird bestimmt. Die schreiben das bestimmt so wie Sebi. Sebi schreibt auch Hex mit ähm... Apfelschorle. 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 Noi. Gut nachgesprochen. Und dann ist er gestorben und dann hat er gesagt, ja, jetzt haben wir Minecraft zu eine Trionprozent geschafft. Leute, in der Fake ist doch wer Ränge von mir, sonst hat sich Funky nicht gefreut. Lois. Oh nein, der eigentlich ist so nahm hier dran. Der ist Tony. Apfelschorle. Und dann hat er sich irgendwie vor. Ja, Leute, Blue kommt, so ein Opfer. Hahaha. Ha, ha. Scheiße, ich hab den schon verpasst. Sony, du bist schlecht. Ja, genau, der Schock kommt nach den Items, ey. Ich hab fast den Baby Mario überrundet. Hey, Aron, komm jetzt auch mit weh. Oder CW nachher wieder, aber kacken wir bestimmt wieder ab, wa? Na! Scheiß Bananen. Leute, seid ihr noch da? Lube! Waaah! Wie sieht der Flower halt? Hat Blei, ähm, Vitaminsaft. Hallo. Wie ist das auch immer aus dem Chor? Ja, wann jetzt dein Gerizinen? Alter, die Kompi schließt sich immer automatisch bei mir. Oh, nur 40 plus, ey. Okay, ich bleib trotzdem in dem WW drin, dann krieg ich gleich nur 1.000 Punkte. Ich, ähm, guck grad Let's Play Multivitaminsaft. Hallo. Geht mit dir. Halt die Klappe. Apfelschale, sie geht hier zu... 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 oder so ähnlich. Äh, wieso steht da, jetzt sehen sie ihre Lautschecke durch Mikros. Bin ich bei dir so laut oder so? Weil, bei mir steht, irgendwie bei Skype reduzieren sie die Lautschecke ihres Mikrofons. Na, egal. Ich will auch gleich einen neuen Pop mit aufnehmen. Und dann, mit mir ist das für die Klappe, wie lange bin. Und dann, mit mir ist das für die Klappe.